Oh! Oh! Was ist denn? Hast du den wieder mitgekriegt? Ja. Hast du den da mit drauf gekriegt? Na, Halleschön! Na, der geht's nicht, oder? Ne? Na, heute vielleicht schon besser. Unser Zahn. Guck mal her. Oh! Die Kronen. Ich brauche die Kronen. Nein, die soll ich nicht vermissen. Kommst du noch die Eier? Nein, jetzt kommen noch die Eier. Da sind wir drinnen, halt. Doch, da hinten. Siehst du, hier sind ja doof. Das reinten eigentlich noch. Das ist schön. Oh, die Schwarze da. Das ist ja toll. Manchmal setzen sie sich doch durch. Bewegt man die Schaukel und es zeigt deiner Familie die Schaukel. Ich warte mal. Ob butet man die Höhle in der Schaukel? Das ist ja toll. Ich warte mal.